so mein erster besuch bei der selbsthilfe gruppe in wie mehr ich komme an es sieht hier alles wunderbar schön aus hier ist eine tür eine klingel hier sind hinweisschilder ja sieht er ganz gut aus ich glaubte mal ich möchte gerne zur der selbsthilfe gruppe ja gerne ja immer den pfeil nach bitte und abstand halten ja hier rechts auf dem tisch sehen sie die ganzen maßnahmen sie können jederzeit einen mund und nasenschutz nehmen wenn sie keinen haben und auch sich die hände desinfizieren so wie es den vorschriften entspricht so hier liegen noch mal die ganzen bestimmungen sie sehen also dass es erlaubt ist dass wir uns hier mit maximal zehn personen treffen das ist also alles abgesegnet und wir werden natürlich hier den abstand gewahren ja gut was sind die roten schilder sehe ich gerade ja das ist der abstand der natürlich eingehalten wer wird und dann legen wir sehr großen wert drauf dass auch jeder sich nur auf den platz setzt der frei gegeben ist ja so hier auch wieder abstand halten und warten sollte jemand gerade die toilette verlassen aber das sehen sie ja ob die besetzt oder nicht und danach wenn sie wieder rauskommen gehen sie wieder den pfeilen nach und dann auch hier wieder warten sollte gerade einer kommen ok wenn sie gehen sollten wenn sie hier von mir aus auch die räumlichkeit verlassen oder sie gehen wieder zurück in den seminar raum schön dass sie bei uns waren danke das nächste mal tschüss